Tach, Leute! Willkommen zurück bei Bad Dream Coma in Kapitel 5, dem Park. Ich bin gespannt. Scared Minds create Monsters. Okay. Verängstigte Gedanken kreieren Monster. Das ist schon tiefenphilosophisch, möchte ich sagen. So, schauen wir doch mal. Auge. Ich hab ein Auge und ich werde es nutzen. Kann ich aber nicht. Hier kann ich gar nichts machen, soweit ich das hier sehe. Momentan. Viele denken, ich hab es bereits jetzt total verschissen. Aber ich hab immer noch die Hoffnung, dass ich noch irgendetwas gut machen kann und wenigstens das neutrale Ende wieder freischalten kann. Ich denke nicht, dass mir das Spiel jetzt schon sagt, dass ich nur noch dieses schlechte Ende machen kann. Wenn ich irgendwas Gutes mache, kommt vielleicht das neutrale wenigstens noch zum Vorschein. Ja, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Okay. Gehe zu Park. Hey, dich kenn ich doch. Bist doch die Spinnen. Ja, die Spinnenphobikerin. Überall Spinnen. Ich seh keine. Es gibt keine Hoffnung für uns. Lauf solange du noch kannst. Oh, ihr macht mir Angst. Guck das Gehirn raus. Hey. Was? Oh. Hey. Du hast einen sehr ausgeprägten Wortschatz. Ich beneide dich. Was? Hey. Uh. Was? Hast du auch was zu sagen? Nee. Der sagt Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Ein Kanaldeckel. Hi. Hilfe. Ah. Da ist jemand drin. Nice. Was ist mit dem Teddy eigentlich? Kann ich da auch mal irgendwas machen? Den habe ich schon ewig bei mir. Hier ist Erdbeben. Alter. Muss mich erst mal wieder zurechtfinden hier. Oh. Da war gerade ein Fragezeichen. Na, na, na. Wo war das? Irgendwo hat sich der Mauszeiger gerade verwandelt. Ach so. Ich glaube, das war nur hier. Können wir zurückgehen. Toll. Ach du schon wieder. Das Tor ist verschlossen. Und misst das Raucherhusten. Bringe mir den Schlüssel. Beeil dich. Bitte. Okay. Da können wir wieder gucken. Was ist die Source of Eerie Moans? Was ist die Quelle dieser Irren Moans? Äh. Keine Ahnung. Oh. Wir haben eine Diskette. Okay. Boom. Boom. Diskette. Willst du einen Teddy haben? Kannst du die alte anzünden? Ich bin so böse. Diskette. Kannst du gar nichts machen zur Zeit. Äh. They happy think about nice things. Ich glaube, das tut hier keiner mehr. Klinglinglinglinglinglingling. Kann ich mit irgendwas überhaupt interagieren? Ich muss immer erst mal gucken, ob das der Mauszeiger irgendwo verwandelt. Aber hier. Tut sich nichts. Kanaldeckel geht jetzt auch nicht mehr. Und? Hm. Hier ging es noch. Ah. Da ging es ja auch noch weiter. Hallo. Wenn du dich nützlich machen möchtest. Kann. Finde. Die Krankenschwester. Okay. Da habe ich doch schon. Ah ne. Das war die Kantinen. Truller. Stimmt ja. Äh. Äh. Dem kommt das Gedärm schon raus. Äh. 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 Okay. Hier rein gar nicht. Was zum Teufel machst du da? Bist du blind oder nur dumm? Siehst du die Schlange nicht? Was? Vielleicht sind einige der Patienten hier wegen dir da. Du machst schlimme Sachen und wir tragen die Konsequenzen. Warte geduldig auf deine Reihe. Oh. Oh. Da kann ich was machen hier mit der Pfütze. Moment aber nicht. Hm. Toll. Muss ich warten bis ich an der Reihe bin? Beilt euch ein bisschen. So. Dieser komische Fleck hier. Damit geht irgendwas. Hm. Im Moment noch nicht. Ah. Jetzt geht der Kanaldeckel auch wieder. Oder? Auge. Tch. Hm. Hm. Ah. Jetzt. Jetzt geht's. Okay. Eine Spritze. Ein Schuh. Ah. Hier. Oh. Guck mal. Diese Augen. Die beobachten meinen Mauszeiger. Eih. Geil. Teddy. Handschuh. Streichhölzer. Lupe. Nö. Das Brecheisen kann ich nicht nehmen. Ah. Leere Flasche. Puh. Hallo. Ich bitte dich. Schlüssel. Ja. Naja. Der muss sich den Schlüssel geben. Hm. Vielleicht die Flasche für die Verletzten. Oder für... Na, ich probier erst mal die hier. Nö. Der tut sich nichts. Oder für die, die am Dings-Eingang warten. Moment. Hm. Ah. Flasche hier rein. Ah. Alles klärchen. Was ist das? Gift. Hm. Dem muss sich wieder jemand vergiften. Was natürlich wieder falsch ist. Aber... Was... Was ist die Alternative? Ich kenn keine. Pass auf. Vielleicht kann ich die Krankenschwester vergiften. Ne. Zum Glück nicht. Gift. Ah. Diesen Baum. Kaputt. Okay. Ah. Jetzt kannst du das Brecheisen nehmen. Alles klar. Und damit eventuell den Kanaldeckel entfernen. Yes. Hallo. Das ist doch die vermisste Schwester. Endlich. Ich dachte schon, dass ich nie wieder dort rauskomme. Endlich hab ich mal was Nützliches getan. Was Gutes. Was für eine Erleichterung. Vielen Dank. Ich wurde von einem Monster angegriffen. Also sprang ich in den Kanal und war dort gefangen. Offensichtlich war das nicht der beste Zug. Allgemein war es nicht so klug, das Krankenhaus zu verlassen. Schau dir an, wie viele Patienten auf mich warten. Ich muss jetzt gehen. Ich darf keine Zeit verlieren. Kann ich dich um etwas bitten? Auch noch. Schließe dieses Loch. Jemand könnte hineinfallen und sich verletzen. Die sind doch alle schon verletzt, die hier rumlaufen. Oder sitzen. Tschüss. Okay. Wir sind weg. Tsch, 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 tsch. Ah, jetzt kommen wir an die Reihe. Gut. Wir sind wieder im Krankenhaus. Telefon. Außer Betrieb. Was ist mit dir? Ah. Uuuh. Der hat nichts zu sagen. Automat. Können wir auch nicht mehr interagieren. Aber mit dem Telefon. Das ist mittlerweile repariert. Die Schnur geht. Oder irgendwas. Nö. Ich lasse es mal unten. Vielleicht ruft ja jemand an. Korridor. Sieht auch alles extrem verlassen aus inzwischen. Was steht da? An eye for an eye. Haha. Was ist das denn? Hier scheint nichts mehr zu gehen. Ei. Da kann ich nichts tun. Ah, da war ich. Links. Weil Spinnen hier. Oh, PC. Ah, naja gut. Computer ist infiziert. Das hatten wir ja schon mal. Da geht nichts. Koma. Moment. Da ging gerade was. Ah, hier. Achso. Konnte ich gerne öffnen. Aber da war nichts, glaube ich. Aber da gibt es eine Diskette. Diskette. Natürlich. Hab ich hier auch noch. So. Auge. Was haben wir denn? F-Disc. Bild. Hä? Och. Vielleicht hat es irgendwas ausgelöst. Schauen wir mal. Ah. Die Seite hier. Ich kann die Scheiben einschlagen. Bestimmt auch nicht ratsam, das zu tun. He, he, he. Mal sehen, woher du nun deine Nummer her bekommst. Idiot. Hm. Rein kann ich nicht. Muss ich irgendwo nach einer Nummer Ausschau halten. Ah. 13. Hey. Da habe ich meine Nummer. Aus dem Kalender ausgerissen. Ich spiele so schlau. Ah. Hier kann ich jetzt rein. Okay. Da ist ein Schlüssel. Sehr schön. Ein alter Schlüssel. Immerhin. Alles verlassen hier. Sieht ja noch trauriger aus als am Anfang. So. Okay. Sonst nichts hier. Nope. Alter Schlüssel. Wofür? Hey. Ah. Für dich. Logo. Du warst ja auch noch da. Danke. Nimm dies für deine Mühe. Oh. Super. Ein Fünfer. Alles klar. Der ist dann wahrscheinlich für den Automaten. Ah. Moment. Da. Teddy. Teddy. Ah. Der Kopf. Jetzt werde ich den endlich auch mal los. So. Teddy ist wieder komplett. Teddy. Kompletti. Teddy. Aber was bringt mir das jetzt schon wieder? Hat der Teddy übrigens eine Infusion? Ja. Tatsächlich. Okay. Probe, ob das wieder irgendwas ausgelöst hat. Oh, das ist auch eine Zahl. Drei. Hey. Da bin ich ja jetzt dran. Die drei brauche ich. Ich habe die Nummer verloren. Ach, der Arme. Hat jemand sie gesehen? Ja gut, nimm. Danke. Ihr scheint es ein bisschen beschissener zu gehen als mir. Auto safe. Okay. 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 Ich habe Essen bestellt und warte immer noch. Mach dich nützlich und bring mir mein Essen. Auch noch. Kommentieren mich alle rum hier. Ah, jetzt komme ich plötzlich hier rein. Warum auch immer. So, gibt es hier was zu essen? Ah ja, ein Fisch. Natürlich. Ein Fisch am Klo. Sehr appetitlich. Oh, was habe ich jetzt wieder getan? Fuck. Nix wie weg hier. Schon wieder irgendwas. Ah, hier. Friss. Was ist das für ein Fraß? Hallo? Ich gehe in ein Fünf-Sterne-Restaurant. Gab es nichts Besseres? Nö. Ach ja, ich habe das zerkaute Essen bestellt. Siehe ich so aus, als ob ich Zähne hätte? Nimm das weg. Das zerkaute Essen. Ach. Guck mal. Auf einmal geht hier was. Ich weiß nicht, was das... Ah, hier auch. Was ist damit? Fisch? Fisch geht. Bitteschön. Ah, du hast es mir zerkaut. Vielen Dank. Zerkautes Essen. Ah. Ja, bitteschön. Endlich. Aber wo ist mein Getränk? Ich will auch ein... Ich habe auch ein Getränk bestellt. Was für ein Service. Wozu mache ich das überhaupt? Gibt der mir irgendwas Nützliches? Ops. Verkehrt. So, jetzt. Fünf. Getränk. Eine Dose. Ach so, die ist leer. Ach, komm schon. Leere Dose. Äh, vielleicht im Klo mit Wasser auffüllen. Ah, hier. So. Gibst du jetzt mal Ruhe hier, Kollege? Danke. Vielleicht bist du nicht so schlimm. So, was hat mir das jetzt gebracht? Dass ich den jetzt hier bedient habe von vorder bis hinten? Hm. Vielleicht... Ah. 13. Ich bin an der Reihe. Das hat's gebracht. Hi, Schwester. Gib mir bitte deine Nummer. Äh. Oh, du siehst schrecklich aus. Dein Auge. Mal schauen, was ich für dich machen kann. Okay. Es ist kein Meisterwerk, aber es sollte dir nun besser gehen. Es tut mir leid, aber mehr kann ich nicht tun. Wenn es um deinen imaginären Freund geht, ich habe hier nichts mehr zu tun und kann mich um ihn kümmern. Okay. Okay. Das haben wir eingesammelt. Tiefe Wunden. Mal sehen, wie es dem Bären geht. Mal sehen, wie es dem Bären geht. Nadel und Faden. Nadel und Faden. Nadel und Faden. angucken. Ich weiß nicht, was drauf ist. Sie lag vor meiner Tür. Autosave. Okay, ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt danke fürs Zuschauen und bis dann. Bye, bye.